Forbes Wede, Juni 1899 Meine liebe Tante Marie, hast du meinen zweiten Brief erhalten? Er bestand aus meinem letzten halben Briefbogen, sodass ich nun in der Not Fliegen fressen muss in Gestalt dieses Wischleins. Meine hübsche blonde Wirtin meint, er sei statt in den Briefkasten in den Ofen gewandert. Zur Sicherheit schicke ich dir deshalb einen zweiten Bogen, über den ich mütterlich schützend die Hände breiten will. 14 Tage in den Alpen neben dir zu wandern, finde ich wundervoll. Und 14 Tage sind für so einen Hinterwäldler wie ich riesig viel. Ist es nicht ein bisschen kurz im Vergleich zu der weiten Reise? Ich denke immer, du müsstest bessere Reisegesellschaft finden, etwas Aufheiterndes. Denn ich weiß nicht, ob ich froh und heiter wirke, obgleich ich es bin, wie glaube ich wenig Menschen. Wenn ich drei Wochen in der großen Welt gewesen bin, dann werde ich mich ungeheuer freuen auf mein liebes Wobbswede hier. Ich bin lange in dunklen Abendwiesen herumgewandert, mit Leuchten im Himmel darüber. Nun ist es Nacht, Stille, nur vereinzeltes Hundegebell. Und in mir ist es still, und still gehe ich nun zu Bett. In Liebe, deine Paula Becker Wobbswede, Juni 1899 Liebste, was lockst du mich? Ich kann ja nicht. Es ist ja unmöglich. Lust haben? Ich habe jetzt nur einen Gedanken, mich in meine Kunst zu vertiefen. Ganz in ihr aufzugehen, bis ich annähernd das sagen kann, was ich empfinde. Um dann vielleicht noch mehr in ihr aufzugehen. Ich könnte gar nicht von hier fort. Wenn ich auch wollte, oder vielmehr, ich kann gar nicht wollen. Ich könnte es da unten gar nicht aushalten, trotz deiner und trotz der Berge. Es ist nicht Undankbarkeit. Mir war ganz heiß bei dem Gedanken, so lange mit dir zusammen zu sein. Denn eigentlich gebrauchen wir es. Und deine liebe Art, dir diesen ganzen Plan auszudenken. Sie macht mir das Herz warm. Doch zauderte ich keinen Augenblick. Ich wusste, ich könnte es nicht. Das Einzige, was ich mir an Reisen spendieren will, ist eine Woche Dresden. Onkel Arthur und Tante Gretel und Ausstellungen genießen. Sonst will ich hier leben, leben und als Mensch und Künstler weiterkommen. Ich komme all diesen feinen Menschen näher und fühle, dass ich viel von ihnen lerne. Denn ich will aus mir machen, das Feinste, was sich überhaupt aus mir machen lässt. Ich weiß, es ist Egoismus, aber ein Egoismus, der groß ist und nobel und sich der einen Riesensache unterwirft. So steht es um mich. Verstehst du es? Ich glaube. Billigst du es? Ich hoffe. Jedenfalls kann ich nicht anders. Will auch nicht anders. Ich fühle mich kräftig und glücklich und arbeite, arbeite, arbeite. Um dem Schicksal nicht in der Schuld zu bleiben. Und das Allerschönste ist es doch. Lieb wohl. Erhole dich in deinen geliebten Bergen. Genieße deine Ferien so sehr du kannst. Und fühle, wie mich deine Liebe froh macht und ehrt. Wenn ich im Augenblick auch nicht gerade viel an Liebe empfangen und Liebe austeilen denken kann. Eins ist Not. Deine Paula Bob Svede, Juni 1899 Meine Mutter, seit zwei Tagen plane ich diesen Brief an dich. Jetzt endlich in vorgerückter Abendstunde finde ich Zeit und Raum. Lass dir erst einen Kuss geben. Für deinen Grauen. Als ich Sonnabend um halb elf Uhr von einem langen, schönen Streifzug mit meinem Skizzenbuch heimkehrte, lag er auf meiner Erbrutzendecke. Fast plante ich schon, euch am nächsten Morgen zu überfallen. Hitzeängste hielten mich aber zurück. So verbrachte ich einen gemütlichen Nachmittag und Abend bei Modersohns. Er ist mir besonders lieb. Unter seinem Lächeln liegt viel Feines und Ernstes. Sie ist eine kleine Frau mit einer Anschauung für Dinge und Menschen von gutem ursprünglichen Urteil und Empfinden. Um zehn Uhr kam Fräulein Westhoff angeradelt und holte mich zum Ball. Nachfeier vom Schützenfest. Wir beiden Mädchen, Einrich Vogler, Dr. Karl Hauptmann und der Mystiker waren von der Gesellschaft. Walzer ist doch was gar zu Schönes. Nur nicht mit dem Mystiker. Heute Nachmittag starkte mich Fräulein Westhoff weit die Hamme hinauf. Wir pflückten gelbe Schwertlilien, schwammen, fühlten uns selig in dem nassen Element und steckten uns gelbe Wasserrosen ins Haar. Ich habe jetzt das Skelett bei mir und studiere viel daran, da es mit meiner Anatomie immer noch schwach bestellt ist. Radiere und skizziere draußen viel und lese. Millis Briefe führen mich im Geiste in das vorige Jahr zurück. Kaum kann ich denken, dass nur ein Jahr seit meiner Reise verflossen ist. Die Zeit scheint mir viel länger und inhaltreicher. Das kommt, glaube ich, vom intensiven Leben. Worpswede, den 8. Juli 1899 Meine liebe Tante Marie, dein liebes Brieflein eröffnet mir goldene Perspektiven. Dass es das alles überhaupt gibt, wovon du schreibst, ist mir hier fast sonderbar. Die ganze Welt außer Worpswede liegt für mich augenblicklich in Nebel verschleiert. Nun sehe ich auf einmal Türmchen und Zinnen und Berge aufsteigen. Ich soll wählen zwischen Engadin und Generalbillet? Es ist beides etwas so Herrliches. So dass die Wahl schwerfällt. Ist dir es denn ganz einerlei? Für mich persönlich, glaube ich, ist das Generalbillet besser. Ich meine, besser für den Charakter, der unter Obliegen der Atmosphäre vielleicht ein wenig norddeutsch, ernst, schwerfällig, unbehilflich wirkt. Da wäre das Generalherumspringen vielleicht eine gute Kur. Denn nach meinem stillen Leben werden ja die 14 Tage neue Eindrücke wie 8 Wochen scheinen und auch wirken. Oder glaubst du, dass für Vater der Engadin besser wäre? Ich hoffe noch fest auf ihn. Ein Tag in München ist ein Traum. Sehr gern blieb ich einen Tag auch in Nürnberg, um Dürer einmal recht gründlich zu fühlen. Denn das ist einer, von dem man nie Persönliches genug hat. Überhaupt habe ich mir vorgenommen, die Reise vierter Klasse zu machen. Ich kenne ja jetzt dieses Lokal. Ich bin, durch den Zufall geschoben, zweimal damit gefahren. Nun sehe ich nicht ein, warum ich es nicht aus freien Stücken wählen sollte. Die Leute kamen mir gerade so anständig oder elegant oder unelegant vor wie in der dritten. Außerdem ist es interessant, den ewig wechselnden Dialekt der Bevölkerung zu hören. Tagebuchblatt Auf der Sommerreise mit Tante Marie und W.D. durch die Schweiz Bin ich nicht ein Mägdlein, wandelnd hin durch Frühlingswiesen? Bin ich nicht ein Mägdlein, die das Glück hat auserkiesen? Freu mich, dass die Blumen blühen, dass die weißen Wolken ziehen. Bin so durch und durch zufrieden, scheint mir Gutes nur beschieden. Weiß ich, komm ich um die Ecke, liegt das Glück mir in der Hecke. Briefe an die Familie Wobbswede, August 1899 Meine Mutter Es war ein schöner Abend. Ich habe gemalt, mich dann mit dem auch einer in den Heuhaufen gesetzt und eigentlich mehr über ihn hinweg als in ihn hineingeschaut, denn es war eben zu schön. Dann habe ich von Zeit zu Zeit laut aufgelacht, denn ich dachte der gestrigen Komödie, und die will ich dir erzählen, auf das du auch lachest. Nach einem ziemlich biederen Sonntag schlendern Klara Westhoff und ich zusammen durchs Dorf. Wir finden, der Tag darf nicht so geschlossen werden. Wir wollen tanzen. Aber wo und wie? Im nächsten Augenblick sind wir aber schon wieder bei der Kunst, bei Klaras Kirchenengeln. Also zur Kirche. Sie ist verschlossen. Nur der Turm steht offen. Wir ersteigen ihn zum ersten Mal und sitzen nun beide oben auf dem Balken neben dem Glockenstuhl. Und da kommt es uns. Wir müssen läuten. Wir schlagen nur einmal mit dem Klöppel an. Es klingt zu verlockend. Da zieht Klara das Seil von der großen Glocke und ich von der kleinen. Und sie schwingen sich und wir werden von ihnen geschwungen, hoch vom Boden empor. Und es klingt und tönt und dröhnt über den Weyerberg, bis wir müde sind. Das war auch gerade der Zeitpunkt, wo der längste aller Lehrer die steilen Treppen alle erstiegen hatte und uns in seiner Länge zur Rede stellte. Als er aber zwei weiß gekleidete Jungfrauen erblickte, lenkte er seine Schritte wieder abwärts. Wir folgten ihm. Und? Der ganze Kirchhof, schwarz von Leuten. Wir hatten die Feuerglocke gezogen. Man hatte geglaubt, es brenne. Unten im Dorf war die Spritze eingespannt. Wir machten uns schnell aus dem Staube, wurden aber noch vom Pastor gestellt, der mit bleich schnaubendem Gesicht einige Male Sacro Sanctum zischte. Wir haben ihn dann aber in einem extra Besuch beruhigt. Nun ging's zum Zeitungsdrucker, auf das wir nicht in die Zeitung kämen, schließlich nach Haus. Das gute Brünispaar erwartete meiner in Ängsten. »Oh, Fräulein, wat ha ek in Angst hat. Ek bin wo hundertmal vor der Dörr weisen. Ek dachte han er insbert.« Und Frau Brünis? »Ik ha o immer secht, graude. Ek kann dat af. Aber aus Fräulein, der holt sich in Krankheit in Loch.« Die Nachbarn hatten sie schon getröstet, wir wären gewiss nach Bremen gegangen. Nun war das Weyerberg-Geläut-Abendgespräch. »Este es lühen hört?« »Jo.« »Wieso gwer det dann, ha?« »Nee.« »Fräulein Westhoff und Fräulein Becker.« In Westerwede wurde Clara Westhoff mit »Hallo« aufgenommen und Martin finken wollte, »Fiefgroschen geben, wenn er da Bi-Wesen wär.« Und eine kleine, bucklige Jungfrau, die zum Hausinventar gehört und den ganzen Tag brummig Kartoffeln schält, wurde sonnig und lebhaft bei unserer Moritat. Wobbswede den 10. September 1899 Ihr lieben Menschen, da sitze ich wieder in meinem alten, lieben Nest, arbeite fleißig und denke vergangener und künftiger Zeiten, was wohl alles noch kommen und werden wird. Gut hat es mir, glaube ich, getan, die Dinge einmal von draußen zu betrachten und nicht immer von drinnen, ich meine unser Dörfchen mit seinem Drum und Dran. Ich trete den Licht und Schattenseiten meines jetzigen Lebens einen Gutteil bewusster jetzt gegenüber, innerlich und äußerlich. Und das ist ein Fortschritt. Bei meiner Ankunft fand ich vieles verändert. Viel leichtes Gelichter, viel kleine Malweiblein haben ihren Einzug auf unseren Berg gehalten, während die echten, rechten Insassen, Mackensen, Modersohn, Vogler, verreist sind. Ich sehe eigentlich nichts von den Menschen, versuche mich wieder tief in meine Arbeit hineinzugraben. Man muss eben den ganzen Menschen der einen, ureinzigen Sache widmen. Das ist der Weg, wie etwas werden kann und wird. Das schöne Wetter habe ich benutzt, um draußen Studien zu malen. Ich hatte die Farbe so lange liegen lassen, dass sie mir ganz fremd geworden ist. Große Freude macht es aber. Es macht große Freude. Und doch ist es ein Kampf und ein Ringen mit aller Kraftanstrengung, was manchmal auch nicht so leicht ist. Ein Kampf, in dem man in aller Stille kämpfen und siegen muss. Und wäre dieses Ringen nicht, wäre es dann so schön? Dies schreibe ich hauptsächlich für Mutter, die, glaube ich, denkt, mein Leben sei ein einziger egoistischer Freudenrausch. Diese Hingabe an die Kunst hat auch etwas Selbstloses. Die einen geben es den Menschen, die anderen einer Idee. Ist darüber dieser zu loben oder jener zu tadeln? Denn jeder muss es halten, wie es die Natur von ihm heischt. Entschuldige diese Verteidigungsschrift, sie fließt aus einer Art von Selbsterhaltungstrieb. Sonntag Liebe Millie, über mich kommen jetzt oft ganz plötzlich Jugenderinnerungen. So erwachte ich heute Morgen von einem Geräusch. Da dachte ich, ich wäre noch in unserem alten Stammglycinien-Mädchenzimmer an der Chaussee. Das Geräusch klang ganz wie jene vibrierenden Töne, die die Tür vom dreieckigen Zimmer bei jedem Öffnen und Schließen von sich gab. Ich hatte so das Gefühl, als würde Papa gleich in unserer Tür erscheinen und uns wecken. Aber er erschien nicht. Da merkte ich, dass ich in meinem weißen Kämmerlein lag, schon sechs Meilen weiter im Leben. Ich bin immer noch tüchtig fleißig. Neulich war Modersohn da. Der hat mir so viel Liebes über meine Sachen gesagt, dass ich fast gar nicht mehr glaubte, dass es meine Sachen waren. Das war lieblich. Gerade Modersohns Urteil ist mir sehr viel wert. Hinterher bekommt man zwar doch wieder einen kleinen Jammer aus Furcht vor Größenwahn. Na, davon mündlich. Mich freut es hauptsächlich für die Eltern. Ich selbst habe ja meinen Teil Glück schon vorweg. Bobswede, den 21. September 1899. Liebe Schwester, noch ein Wort vor dem Schlafen gehen. Ich bin eben durch die Mondschein-Nacht gelaufen. Es war sehr schön. Genießt ihr den Herbst auch an eurer Weser? Ich verlebe jetzt eine seltsame Zeit. Vielleicht die ernsteste meines kurzen Lebens. Ich sehe, dass meine Ziele sich mehr und mehr von den Euren entfernen werden. Dass ihr sie weniger und weniger billigen werdet. Und trotz alledem muss ich ihnen folgen. Ich fühle, dass alle Menschen sich an mir erschrecken und doch muss ich weiter. Ich darf nicht zurück. Ich strebe vorwärts, gerade so gut als ihr, aber in meinem Geist und in meiner Haut und nach meinem Dafürhalten. Die Einsamkeit macht mich ein wenig bang in schwachen Stunden. Doch solche Stunden helfen auch weiter und zum Ziele. Du brauchst den Eltern dieses nicht zu zeigen. Es ist ein Anfall von Kleinmütigkeit, der eigentlich am besten unbesprochen bleibt. Sollte Ernst Hornefer mal nach Bremen kommen, so lass es mich bitte zu rechter Zeit wissen. Mit dem könnte ich einiges durchsprechen. Ich halte ihn für einen ethischen Menschen. Wobbs Wobbs den 10. November 1899 Liebe Mutter, ich möchte dir nur noch einmal schreiben, was ich dir im Omnibus noch zurief. Sorge dich nicht um mich, Liebe. Es tut nicht Not, wirklich nicht, Liebe. Ich habe so den festen Willen und Wunsch, etwas aus mir zu machen, was das Sonnenlicht nicht zu scheuen braucht und selbst ein wenig strahlen soll. Dieser Wille ist groß und er wird es zu etwas bringen. Bitte, bitte lasst ihn dahin streben, wo es ihn hin zwingt. Er kann nicht anders. Rüttelt nicht daran, das macht ihn traurig und gibt dem Herzen und der Zunge harte Töne, die sie selber schmerzen. Harret noch ein Kleines in Geduld. Muss ich nicht auch warten? Warten, warten und ringen? Es ist eben das Einzige, was so ein armes Menschlein kann. Leben, wie es sein Gewissen für Recht hält. Wir können nicht anders. Und dadurch, dass wir sehen, dass unsere nächsten, liebsten Menschen unsere Handlung missbilligen, erwächst wohl große Traurigkeit. Aber wir müssen eben wir bleiben. Müssen. Um so viel Achtung vor uns selber zu haben, als man braucht, um dieses Leben mit Freude und Stolz zu leben. Das sind einige schwere Mollakkorde, die von Ferne das Durgejubel meines Lebens durchklingen. Aber der Jubel sei stärker als sie, und der Feiertag sei größer, auf das ein jauchzender Wohlklang hervorgehe, der mehr wertet als jenes Scheinlächeln der Welt, das über müde Lippen und Herzen hinweghuscht. Ich bin noch jung und fühle Kraft in mir und liebe diese Jugend und dieses Leben zu sehr, als dass ich sie für dieses Lächeln ohne Freude geben möchte. Wartet nur ein Weilchen. Es muss alles gut werden.